Die Familie Minichmeier ladet Sie herzlich ein in die Frühstückspension Jager-Etz im oberösterreichischen Nussbach. Wir bieten unseren Gästen ganzjährig die Basis für einen erholsamen Aufenthalt. Seit 1995 stehen unseren Gästen 21 Betten in insgesamt 10 komfortabel ausgestatteten Zimmern zur Verfügung. Unser Wellnessbereich beinhaltet neben einer finischen Sauna, die auf Wunsch in eine Dampfsauna umfunktioniert werden kann, auch zwei Infrarotpanelen. In unserer Frühstückspension mit großzügigem Terrassenbereich genießen unsere Gäste ein ebenso großzügiges Frühstücksbuffet auf der Terrasse. Unser schöner, ruhiger Garten mit Kinderbereich ergänzt das Angebot der Familie Minichmeier. Für sportsbegeisterte Gäste befindet sich in unmittelbarer Nähe der Kremstal-Radwanderweg, der Einstieg in das oberösterreichische Radwandernetz. Der Weltcup-Skiort Hinterstoder ist nur 30 Kilometer von uns entfernt. Im Umkreis von 50 Kilometer besuchen Sie Städte, Seen, können wandern, klettern und vieles mehr. Im nur drei Kilometer entfernten Schlierbach können Sie das Zister Zinserstift Schlierbach mit Ihrer prunkvollen Stiftskirche, die Schaukäserei und das Genusszentrum, wo auch Führungen angeboten werden, besuchen. Bei dieser Gelegenheit sollten Sie auch unbedingt die im Stift selbstproduzierten Käsesorten verkosten. Für kulinarische Ansprüche lädt Sie die Taverne zum Griechen gegenüber unserer Frühstückspension zum Verweilen ein, wo Sie aus einem reichhaltigen Angebot griechische Spezialitäten genießen können. Die Familie Minichmeier hofft Sie bald begrüßen und verwöhnen zu dürfen.